Vielen Kampfsportschulen in Deutschland geht es wie Sascha, dem Inhaber der Kampfsportschule Shaolin. Kaum dort angekommen, verbringt er die Zeit mit Arbeiten für Werbung, Online-Content, SEO, Blog & Website und seine Trainer übernehmen die Vorbereitung und das Training. Doch Sascha möchte wieder mehr Zeit mit seiner Leidenschaft im Kampfsport verbringen und hofft, dass er online auf eine Lösung gestoßen ist. Kampfsportdesign.de bietet Pakete für Kampfsportschulen. Zum Beispiel Pakete für Blog-Content, Lizenzgrafik und Branddesign mit optimierten Titeln und Description. Zudem arbeiten im Bereich SEO-Ranking Optimierung der Webseite in Standard- und Pro-Paketen, Analyse, Auswertung, dem Ausbau von Score und Ranking im Kampfsportbereich. Webdesign auf Ausbau, Erweiterung der Webseite unter Beobachtung von SEO-Auswertungen inklusive optimierten Texten bis 500 Zeichen, Grafiken und vieles mehr. Des Weiteren eine Menge Partnervorteile und zukünftig Video- und Animationsoptionen. Sascha kann jetzt wieder Zeit mit seiner Leidenschaft im Kampfsport verbringen, das Training vorbereiten oder seine Freizeit genießen. Ausbau, Erweiterung aller Spä mag unseres Neustes 2 thirstigen